Und jetzt willkommen zu einer weiteren Runde Troubled in Terrorist Town mit Vitolf, mit Horch und Cook LP, mit Pada von Pada Games, mit Katzen, mit Krabs, mit Kapuzmo, mit Daniel Karten, mit Warpzock, mit Nefias und mit Mianel Nibus. Hattest du nicht gesagt, du willst dir kleine Mappen hier spielen? Wir spielen so eine Fun-Map. Ja, mit den Nefias Summer Crabs, mein Cook. Wir sehen alle komisch aus. Wieso ist Nefias tot? Er ist runtergeflogen vom Haupt. Glaubst du immer? Da liegt ja noch einer. Vielleicht bin er auf den Hochhäusern oben. Ich war tot, weil... Das ist Schlomo. Schlomo, gib mal auf Waffen. Da ist es euch. Wer hat hier... Wer ist das, Pada? Boah, du selber hübsch aus Pada. Wohhhhhh! Ihr war der Kaffee trinkst? Rennst du der Kaffee trinkst? Oh komm, wir können den Kaffee trinken. Bist du, Pada? Anne, bist du? Wie schubsen hier! Du bist es? Das sieht so kacke aus. Leute, das ist nur für diese Map. Ich vermute, das ist zu über. Das darf Kaffee. Nein, ich hab... Nein, ich hab... Nein, ich hab... Nein, Kaffee. Ja, ich hab... Bursche, yeah. Oh, Krenzner Kaffee ist kaputt gegangen. Da hinten auf den... Das Kerl ist, der kennt die Leute voll gut. Auch auf den anderen Dächern wegen diesen leuchtenden Haken. Ja, ich hab keinen Kaffee einschenkt. Das ist blöd dafür. Ah, der ist da vorne, der Kaffee. Ey, das ist so dumm. Der Marvin ist da. Oh, die Siege war da. Danke. Marvin... Der Sniper... Er ist hier ein Hulk. Das ist so ein Trailer-Hulker, ey. Was ist das? Da drinnen wurde auch schon geschenkt. Ähm, Vita, 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 Vita... Vita ist es, Vita ist es. Nein, 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 nein. Vita ist es. Vita, ich hab's gesehen. Vita, ich hab's gesehen. Ja, aber Vita sagt ja nichts, was man glauben könnte. Vita ist tot. Du sagst doch, da hast du nichts gesehen. Ja, das ist Vita. Aber was sollen wir ihm glauben? Damit sind wir safe. Kapuze. Da ist noch einer. Hier ist ein Indoor-Mini-Golfplatz. Für die reichen Kids. Anne ist tot. Für die reichen Kids, ey. Was ist das? Was fliegt denn da? What? Au! Was ist das? Was? Was ist das? Dalu, Dalu, Dalu! Nein, 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 nein. Ich hab das von Detective. Was? Dalu hat einen Flopper. Dalu hat einen Flopper. Ihr habt doch einer. Dalu hat einen Flopper. Dalu hat einen Flopper. Dalu, Dalu, Dalu! Dalu, Dalu, Dalu! Nefias ist es. Der ist aufm Detective geschossen. Nefias fällt zum Abschusspunkt. Würd ich ihn abschiehen. Und Dalu auch? Dalu auch? Doch, ich schwere es aus. Dalu auch? Ich schwere, dass du bist. Dalu auch. Fertig ist das Traitor-Gesicht. DALU, DALU Ja, Nefi Ich habe mich als Krabs verkleidet, Krabs ist schon lange tot Echt? Und irgendwer schießt wieder hier auf mich Nein, 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 das bin ich nicht Da oben, oben der da drauf ist Warte, ich guck' noch, wer das ist Und es ist der da, es ist DALU CARD Klar, es ist DALU CARD DALU CARD Du bist DALU CARD Du bist DALU CARD Das ist wie ne riesige Monster Map Oh, Captain Hook Wir haben viel zu wenig Leute Für die Map Ey, cool, ich hab meine eigene Bar Ich greife an, Kapuze Oh, no Nein Man sieht richtig schwer, ob jetzt einer auf einen schießt oder nicht Ja, das stimmt Man erkennt da einfach gar nichts Aber die Map ist an sich geil Die Map ist an sich geil Die ist riesig Die ist auch perfekt zum Floppern Weil man von jedem Haus komplett runterspringen kann Das ist doch einfach mal witzig Das ist das Gute Oh, voll schön Ich immer weinen Ein Witz hier drauf Ein Witz hier drauf Ein Witz Ein Witz Ein Witz Der hängt eine Axt in der Raum Nicht nur eine, zwei hängen da glaube ich sogar Ich stehe da mit Max in der Raum Oh, der ist da Ey, Ander Guck mal den Raum, der ist richtig geil Geh mal da durch Das ist ein Raum Doch, doch, komm Geh mal durch Geh du vor Da ist der Grants Grants, Achtung, Rauchgranate rein Da so Jetzt wird einer Eier 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 Ihr könnt wohl auf mich Wahrscheinlich nur was werfen Oder so Wir haben viele Ton um Okay, einsch Ein Traitor ist es noch Ne, die brennt auch nicht Vater, warum bist du put Weil ich gerade Krants erschossen habe GnV GnV Okay, Lena, dann ist es vorbei Ich bin ja runtergesprungen Shit, der hat auch einen Plopper Was ist denn passiert bei euch? Mit dem Studio Kick gerade, echt? Was war das? Ich wurde mit dem Stuhl gekillt. Ich auch. Von Grants oder was? Oben, oben ist so ein Traitor-Fallen-Stuhl, ne? Der sich dann ganz schnell bewegt. Ah, okay. Aber Grants ist so, der hat ein Reiki drauf. Er war doch selber Traitor. Ja, aber der Stuhl wirbelt ganz schnell durch... Das ist ein Crop, der sich dann ganz schnell durch den Raum bewegt. Und wenn du drin stehst, bist du tot. Egal, wer du bist. Und wann macht der das? Wenn der Traitor ihn aktiviert. Ja, aber Krabs war doch selber Traitor und warum... Hä? Der stand drin. Er kann dir mal alles an. Er reift jeden an. Ja, nein. Irgendwer lief da gerade. Ja, ich. Aber Grants besuche ich auch. Ich auch. Und deswegen wollte ich aktivieren, was da ist. Der wirbelt halt mega rum. Irgendwie hast du einfach umgefallen. Hui! Teleport! Au! Hä? Ich finde das Manneken passt viel besser zu dir. Ich hab frag dich mal, da steht bei dir Kampst. Discombo! Nein! Dalu schießt Dalu schießt doch nicht! Dalu! Er hat mich beleidigt, Leute. Ich glaube es ist Dalu. Er hat mich beleidigt. Was ist denn? Hier im Pool sind Fische. Ich weiß, wie die Piranhas sind. Woll ich Dalu! Woh! Ne, Dalu ist es nicht. Dalu kann es nicht sein. Doch, Dalu ist es. Ich weiß. Wer hat das gesagt, dann ist es der andere. Das fand Spaß. Oha! Ah! Hab ich rein, hab ich rein! Haben wir das andere jetzt toll? Ich hab ihn hier exploriert. Ich weiß nicht, wo ich bei Dalu hinschießen soll. Ich bin an der Lanterne. Ich bin an der Lanterne. Und dann auf Anne. Wer war noch? Wer war noch? Wer war noch? Nefias. Wie ist Nefias gestorben? Ich hab unten ne Falle aktiviert und da ist alles explodiert und ich war tot. Ja, die Fallen sind super geil, damit bringt man sich nur selber um. Ja, das ist voll die Traitorfallen. Die Fallen brauchst du überhaupt nicht aktivieren. Ja, ist so ey. Da stand irgendwas Schürm. Boah, da läuft einer über den Draht, an der Torche. Guck mal nach rechts. Jetzt mit dem Newton-Law. Nein, 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 nein. Rinder, nein. Ja, es wird doch zu viel Zeit. Mit dem Newton-Law. Hier, bei mir kannst du Indoor-Mini-Graw spielen und hier auch hier ist der. Oha! Hier ist der. Das fängt doch noch gar nicht an, ey. Wollte ich gerade sagen, ich geh doch gar nicht los. Komm, ich empfinde, irgendwas zu laufen mehr. Craps? Bist du Traitor? Ja. Okay. Klar. Klar. Hier wurden Flopper getrunken, wie ich hab's gehört. Ah, der Craps. Oh, hier ist keiner verdammt. Hier liegt jede Waffe drin, aber nicht die, die ich will. Kapuze traut sich hier was, ey. Klar, ich bin der Mut, ich stehe von euch an. Lauf über das Brett. Komm, wir laufen alle über das Brett und schauen, wer Traitor ist. Ich bin gleich drüben! Oh, bojo. Was war das denn gewesen? War das ein Flopper? Das war das denn gewesen, beide von mir weggesnipen. Oh, Holchi wir hängen ineinander, nicht schießen Holchi! Holchi, wieso erschießt du ihn? Entschuldigung. Warum hängst du denn mit mir hier? Ähm, da oben liegen zwei Leichen auf dem Brett. Hä, ich hab Angst. Hallo Craps. Da liegen zwei Leichen auf dem Brett, Nefias, pass auf, da ist eine Falle in dieser Brücke. Da liegen zwei Leichen, außer du bist es. Schau mal hier, Nefias, da liegen zwei Leichen. Wurde ja gerade selber angeschlossen von euch. Kann ich euch beleben? Ne, als Detektiv kann ich keinen beleben, oder? Nur als Strater. Reaktiviert mal nochmal das Inno-Menü. Das Inno-Menü. Das Inno-Menü. Das Inno-Menü. Die schöne Arne ist es. Die schöne Arne ist es. Zehlicher Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich will nicht sterben an dieser Arne. Ja, ne ist es. Schau mal Achtung, Nefias, besauf da oben. Wo? Hat irgendeine Waffe für mich? Außer Betruder. Ich hab ein paar Kugeln für mich. Ich will noch rüberfahren. Ne, ne, ne. Kugeln sind doof. Oh, ich hab die Jutsch. Okay, GG. Kapuze, der Pader kommt zu dir. Ja, ich fahr hier nur rüber. Der Pader? Ganz achte. Wieso bist du wohl? Weil Horchi mich angeschossen ist. Ja, Entschuldigung. Geh mal da rüber. Geh da rein, das ist ein Teleporter. Vorsicht auf der Straße, da fahren Autos. Ich hab irgendwie Angst, um zu gehen. Ohne Scheiß. Ja, ich glaub, da lohnt Crap. Ich trau mich so gestorben. Ich trau mich so gestorben. Ist das da wieder so... Ich geh da auch, guck hier. Oh, da ist der Nefi. Oh, ne, der ist nicht neben. Ja, weil ich angeschossen wurde. Wir fahren sogar Autos rum. Hast du ne Hill Station Kapuze? Kannst du die kaufen? Ne, ich kann nix mehr. Ich hab keine... Hab ich nichts mehr. Warum hast du keine Punkte mehr? Ne, weil ich mir ein Grappler schaue. Das kann. Faszinierend. Super gemacht. Schau mal, wie cool ich das kenne. Ich zeig das. Schau. Und kommst da. Oh, da ist der Vita. Du bist auch Detective. Ja, Mann. Ja, Mann. All Detective. Achso, kommst du auch. Und da ist ein... Achso, das ist ein... Hallo. Nefiast traut sich da einiges. Da ist die... Da oben ist die Andel. Ja, ich hab geguckt... Das ist in deinem Haus. Komm mal hier. Irgendwie sicher rum. Mal zielt auf mich. Vorsicht. Mal zielt auf mich. Mal zählt? Mal zockt. Mal zählt. Mal zählt. Oh nein. Oh nein. Soll ich da drauf schießen? Soll ich da drauf schießen? Korrupt. Oh, ist ein Fahrstuhl. Dann wollen wir mal korrupt sein. Oh! Wer schießt auf dich? Mal. Mal sind wir korrupt. Mal sind wir geschossen? Ja, sollen wir es absprechen nach wen? Ja, der Grand. Kann man jemand sagen, ob die Fische einen fressen? Aber nicht nach dir. Wir können auch Padder hinten runter schießen. Alles okay. Wer? Hör mal runter schießen? Okay. Ah, Horschi! Nein, Padder! Oh! Er war's, er war's, er war's. Oh, war was? Oh, Padder. Padder. Padder liegt da unten am Boden. Nee, nee, nee. Wer läuft da raus? Wer läuft da raus? Padder liegt wirklich? Padder liegt wirklich? Schießt ab. Padder frei, ab Kill hier. Das war... Detective Random hat es geschafft hier. Oh, jetzt geht's aber los, Spider-Man Motherfuckers! Was, was, was hältst du davon, dass Anne hier noch so frei kommt? Da, 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 da. Guck her. Ich bin ja inno. Ja, gut. Du hast auch kein Bell gekillt. Guck her, Padder. Hast du das Bell gekillt? Oh, da ist der Padder. Baaah! Anne verunreinigt hier das Wasser. Und? Guck da mal rein. Niffi! Niffi, die Fisch ist doch weg. Niffi ist auch tot! Ja, ich bin auch eben da rein. Niffi! Niffi! Niffi ist auch tot! Niffi ist auch tot! Ich hasse Fisch. Ich hab ne Fischfugie. Nefiver Trator! Also zwei Traitor sind tot. Das sieht geil aus wie die Festplätze. Die Toten können wie besser werden. Da oben ist Stuhl des Todes. Stuhl? Ja. Und raus kommt Hoshi. Warum? Du kommst da raus. Wahrscheinlich weil du den Raum verlassen hast. Egal und Crips. Hinter dir das Haus, da wo du rausgekommen bist. Da drin ist der Traitor. Der hat gerade den Stuhl aktiviert. Und du kommst raus. Hä? Hä? Ich raff nicht. Vita? Du bist auch Detective oder? Vita ist Detective. Wenn er noch lebt, ist das sowieso. Naja, weil da liegen die beiden Leichen. Und ich habe Angst, dass er die belebt. Ich bin in den Hochhaus. Was? Also Hoshi kommt jetzt zu mir rüber. Soll ich unterspringen? Nö, nö, nö. Musst du nicht. Okay. Der Stuhl geht hier immer noch ab übrigens. Lass uns Kind spielen. Der Stuhl zuckert hier über die ganze Map. Ohne Scheiß. Guck mal hier rüber. Wollen wir nicht mal... Vita, was bist du für dich? Zeit für ein Duell. Der muss ich nachladen. Warte kurz. Dankeschön. Das gibt's. Jawoll, Hoshi. Ich hab so viele Fucking-Eitems im Inventar. Ich hab sie immer alle gehabt. Ich hab gedacht, ich bin safe, weil hier zwei Detectives standen. Nee, aber du bist nicht safe. Der Detective stand hinter uns, als Nephiast Dalu und mich nachher erschossen hat. Mit den Fässern ist er mal so... Was? Nein. Und ich hab auch noch Horchie gerufen, wie er mich gekillt hat. Ja, einfach schon tot, weißt du. Ja, einfach schon tot, lol. Wie das für ein Hellzimmer. Von dem Stuhl faszinierend ist er immer noch aktiv. Vor allem Grenz unten. Mit dem Stuhl, da laupt, wenn ich ja flanken will. Aber der Stuhl hat sich nicht getroffen, ey. Ich konnte nicht das spielen, die beiden. Es ist auch, wenn sie fühlen, dass Männchen auf dich zukommt im Dauerfall. Ja, mit so einer Waffe, die ja total falsch hält und so. Stellt euch vor so eine ganz kleine Plange, keiner kann ausweichen und die AWP rausholen. Oben mit dem Fenster, wo der In-Golf-In-Raum mit dem Mini-Golf-Platz ist da. Wer ist das? Ich will da rein. Äääääääääääääääääää. Das ist da ja genau. Das da hier, da da da, wo die Getränkeautomaten vorstehen. Das hier. Da, wo der Detective ranhuckt. Was ist das denn? Oh, da kommt ne Leiche runter! Was, wo? Wow. Hat er! Ne, der wurde rausgeschossen, geschmissen oder so. Ne, der ist rausgeschmissen worden oder so. Hat doch keine überhaupt Kapuze. Ne, ich weiß nicht. Weil ich war halt auch um. Ich bin ne Detektor. Dann ist das langweilig. Was the fuck? Ist hier auch irgendwie vernünftige Waffen? Oder warte mal, ist das das Fallschaden-Leiche? Warte mal. Ich bin fast gestorben gerade. Gleich nochmal. Da hat jemand ne Scheibe zerstört. Das hier? Er wurde verbrannt. Oh, das geht echt. Da muss es vom Horst. Das ist ein Anne-Ding oder Marv. Anne oder Marv. Anne ist hier unten confirmed. Warum seid ihr alle so ruhig? Sind alle tot oder was? Ah, da ist der Marv. Da ist der Marv. Lass mal den Scheiß hier, oder? Marv. Marv ist Detective. Boah, hier gibt es sogar ne Gondel. Es gibt sogar ne Gondel. Warum ist Vita denn jetzt tot und war Traitor? Weil Vita Traitor ist, er mit der Silent Sniper geschossen hat und ich ihn abgeknallt habe. Irgendwer ist gerade ausgetimt, oder? Ja, das muss ich gleich confirmieren. Das muss ich schauen, Krabs. Reden Sie sich an die Waren mit Ihnen? Wurde ge... Okay. Oh nein. Hier ist ganz viel Blut. Das ist gutes Zeichen oder schlechter Zeichen? Ja, Anne hat nen Time Out. Das Geile ist, dass ich hier runtergekommen bin. Hier ist das große. Wenn man hier lang geht. Ist Anne rausgeflogen? Ist Anne rausgeflogen? Anne hat nen Time Out. Ja, sie ist... Marv ist da gestorben. Marv ist da gestorben. Er hat erst die Versorgung. Er ist mit dem Hook hoch geflogen und hatte dann Fallschaden bekommen. Komm, guck nach. Falsschaden tot. Nefi, 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 Nefi. Und du hast bestimmt wieder die Grappling hoch, ne? Nefi, Nefi, Nefi. Du bist es doch, Nefi. Wer ist da hinten im Pool? Nefi, antworte mir. Ja, hi. Zieh mal jemand Anne rein. Du bist es doch. Jemand ist gut. Ich schieße die Scheibe ab. Da war überall Blut gewesen und Abwand nehmen wir Nefi einfach. Als Info. Ich bin am Pool und ich habe die Silent Sniper von den Links geklaut. Das tut Anne gleich einmal nicht, wenn ich irgendwo sicher bin. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist es? Hallo, wo bist du? Ja, bitte nicht mich abschieben, ich muss da auf den Desktop. Ich bin Detektiv. Ja gut, dann schütz mich eben. Ich soll dich schützen. Ja, ich muss auf den Desktop gehen. Ah ne, war's wofür. Hallo. Guten Tag. Vielleicht bist du doch der böse Mann. Danke fürs zurück. Hallo. Die Anne. Im Spiel bist du noch geblieben oder was? Ja, das war noch irgendwas. Ah, da ist der Mr. Krabs. Ah, Mr. Krabs ist da verfliegen. Okay. Der Krabs. Was ist das? Der Krabs. Da ist er da. Den traue ich noch nicht so ganz. Ne, ne. Da oben, da oben. Das Flugzeug ist geil animiert. Das fällt einfach durch die Luft. Und da ist Horchi. Das war's, ne? Ich falle jetzt fertig liegen. Was ist mit Grants, Nephias und so? Ich bin noch hier am Leben und fall gleich runter. Grants? Grants ist tot, okay. Dalu, du hast gerade eine Leichenbogen. Was soll das? Da bin ich hier oben sauber. Cool. Stell mir vor, wenn da noch die Verwesung einsetzt. Ich will den Dingski ja sauber sein. Dalu, 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 Jesus, Dalu, Jesus. Ne, ne. Dann haut er ab hier. Sag das und haut ihn durch die Teile. Ja, du geh nicht mehr ab. Ey, beruhig dich, Junge. Ich bin der Detekt. Ich darf alles. Ich bin das gesetzt, mein Lieber. Du hast nen Popel, deine Pistole. Geh da ins Wasser. 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 Hier sind Fische, ey. Was hast du da reingeschmissen? Anne? Ne kleine Plätte. Hast du meine Mark? Anne, Anne schießt. Anne ist es. Anne ist es. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich hab dir vorhin Headshot gegeben. Ne, Headshot ist sie nicht Headshot. Ja bitte, vom Pool aus. Vom Pool aus über das Radseil. Alle rüber mit dem Hoge. Sie ist runter. Sie ist runter durchs Haus. Hinterher. Wo ist sie? Hier rein. Hier steht sie. Wo, 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 wo? Hier. Ah, hier. Hier immer noch, Leute. Danke, dass ihr hier seid. Ich da? Ist sie unten oder wo ist sie? Ist sie oben? Hier. Ja, sag doch. Weiß ich doch nicht. Wurde mir auch nicht gesagt. Hier weiß ich nur. Lass mich verarschen. Wer fährt denn da mit der Gondel? Ich fahr da jetzt rüber. Ich will da auch mit hin. Schieb die Gondel bitte nochmal los. Ich will auf die andere Seite. Nur will sie los schicken. Ja, warte. Okay, danke schön. Falsch. Wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Aber egal, die muss ja zu uns kommen. Ich nehm noch. Ja, ja. Da ist noch ein Eingang da. Du würdest hierhin angucken. Wo? Darf ich mich jetzt hin? Ich schieß da jetzt hin. Wo siehst du mich kaputt? Ah, da unten? Ja. Aua, ich wurde angeschossen. Die Anne ist hier irgendwo. Anne, Anne. Die versteckt sich mal. Anne, erzähl uns mal was. Ha, Anne. Alte Eiche. Alter. Die liebe Anne. Du wirst jetzt gleich gefällt und fettig. Gefällt auch die Leiche. Wo bist du, Anne? Oh nein, ich mach einen Marf. Ich werd einen Marf machen. Oh. Ja, mach dein Marf. Anne, wo bist du? Sag's. Du hast doch gerade eben schon auf mich geschossen worden. Anne, die Zeit läuft ja ab, Anne. Ja, die Zeit läuft ja ab, ist okay. Von wo schließt sie denn? Ha. Wer ist das hier oben? Das bin ich, das bin ich kaputt. Das bin ich, das bin ich. Das bin ich. Das bin ich. Kein von euch. Stopp weiter. Orchi lebt auch. Das leben bestimmt noch voll viele. Alle Traders. Wo ist der Anne? Wo ist der Anne? Ah! Oh. Wer ist das? Anne ist jetzt unten. Und von euch aus links. Hinten links. Also wenn ihr jetzt von dem Haus runter gucken würdet. Hinten links. Wo ist die Bombe? Nein, ich sehe sie. Wo ist sie? Warum ist sie... Es ist noch eine Gute da. Nein! Hä, warum ist sie confirmed? Ja wo ist? Anne, die Anne ist bei Ihnen. Höh? Die Anne war in der... Die Anne war in der... Die Anne war in der... Anne war confirmed, bevor sie... Konfirm... Wo ist sie... Du musst gucken. Du siehst dann den Namen. Aber du standst gerade im Weg. Die war direkt hinter dir. Ja Anne ist auch wo. Jetzt kauft sie gerade was! Hab sie! Wo war die Anne? Ich sag hinter dir, mit deinem Finger, Kapuze. Ich sag hinten überm Pool, übers Draht sein, unten im Haus. Und wo ist sie? Und wer ist jetzt noch gewesen? Bitte? Nein, er hatte, er hatte ja auf sie geschossen. Sie lag da und dann kam ich den Namen gelesen und Kapuze stellte sie weg. Ah, das Headshot ist nicht der Headshot. Ja, sorry, das war's. Naja, Headshot ist ja immer noch Headshot. Du musst ja halt auf die normale Headshot-Türe schießen. Du musst hinten in die Fresse. Ja, aber du musst auf den Topf oben, also das Haarbüschel oben ziehen. Dann ist der das Headshot. Wo ist Haarbüschel? Das Haarbüschel tut weh. Die Hitbox ist die gleiche. Das ändern sie ja nicht. Naja, Haarschpiss ist schlimm. Ich sag überm Draht sein, unten durchs Haus. Ja, wo ist sie? Ah, das macht den Ifias jetzt echt fertig für den Rest des Tages. Ja, das Draht sein. Was ist denn mit so schön, das Draht sein? Du hast doch Gondel. Du hast vorhin selber gesagt, guck mal hier. Ja, bei der Gondel. Ja. Das weiß man ja auch. Das ist ja so schön. Was ist mit so das Draht sein? Bei der Gondel ist die Klara. Ja. Ja. Echt, ey. Ich finde Gondel ist Klara. Ah, David. Wo ist denn die Gondel? Ich räum hier um. Was macht das Civi? Damit ich räum hier um schieße, werde ich schreien. Herrda. Guck mich nicht so, guck mich nicht so beleidig. Ich räum hier auf. Ah, Leiman. Peter, die Musik ist sehr schön. Ja, lange, danke. Mach, 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 mach. Mach, mach, mach. Mach, mach, mach. Mach, mach, schießt. Oh Gott. Dann schießt du mein Spiel. Oh Gott. Oh ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. What the fuck. Wer schießt du aufs Fenster nach? Hör ich jetzt mal. Oh Gott. Das kann ich mal. Hier hat doch einer gesnipert. Da ist er. Könnt ihr mich einfach rein? Ich hol ich mich dann. Hör mich denn nach unten? Ja, ist es aufgelöst. Oh, wer ist der Traurchen? Hä? Holt ihr meine Blumentöpfe an, Marv. Die Blumentöpfe modieren. Ich mich schubsen. What the fuck? Machen sie gar nichts mehr, blöde Blumentöpfe. Marv Randalier? Ja. Kann ich das nicht runterschieben hier? Ja, ich wollte das hier runterschmeißen. Schießen geht's vielleicht. Lass mir jetzt den Kohl an. Brauchst du Munition? Nee, warte, ich versuch's nochmal mit der Disco. Geh weg. Grants hat irgendwas in der Hand. Im Wasser. Grants hat die Bombe in der Hand, Leute. C4. C4, Grants ist es. Achtung. Ich hab ihn jetzt getötet. Musst ich. Okay, warte, Grants geht weg. Der ist nach unten geschloss. Zalu-Kar, Zalu-Kar ist Detective okay. Okay, der war Eno. Aber er hat wirklich so geschossen einfach. Nein, nein, ich hab da auch was von C4 gehört. Das war nicht einfach so. Nein, ich kann's dir zeigen. Warte, warte, warte. Lass mich kurz runterkommen, Kapuze, bitte. Ja, komm mal runter, dann zeig mir das mal. Warte, warte, bitte. Lass mich schnell durch. Du bist auf einmal wieder voll. Das muss doch sein. Check ihn. Ja, er war es auch. Das ist halt typisch Grenzen. Ich vertraue dir nicht mehr. Schlechtes Gewissenmacher. Schlechtes Gewissenmacher. Schlechtes Gewissenmacher. Ich hab dir fast geglaubt. Hallo, nein, 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 nein. Ja, ich hab auch was geglaubt, aber als er dann voll war. Ja, voll? Ja, voll. Boah, wer schießt denn hier? Was war das? Hat er dich grad rausgeschopst? Ja. Nein, hat er nicht. Nein, nein. Hallo? Er sagt doch ja. Ja, das hat er. Also, war schon bereit. Komm ich nicht raus. Oh, ich hab das Dach gleich sauber. Es ist nichts mehr da. Hast du dein Bier abgeholt? Na, du nein. Ich hab's schon abgeholt. Was ist denn das da unten? Achtung, jetzt geht's los. Schauen Sie mal. Achtung. Schade. Warte, ich schmeiß nur einen hinterher. Ja, mach mal. Schade. 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 Oh. Oh, was war das? Ein Flopper. Okay, so ist es. Schade. Wer immer das auch ist, dann. Ah, ist es. War schon tot, ja. Fuck. Warte, wer war's? Das war ja so geil. Horchi legt mich da zu Gramps oder was das war. Oder Gramps zu mir und haut erstmal so raus. Ach ja, eine Romance für uns stürmt in dem Moment. Cool, ich hab nen Dead Ringer bekommen. Ja. Ja. Mein Dead Ringer, ich hab Horchi nicht getroffen. Ich bin auf Horchis Kopf gelandet. Ich hab den Dead Ringer auch von ihm bekommen. Und mir geht das echt krass. Ja klar. Renz, ich hab dir vertraut kurz. What the fuck, Renz. Ich hab ja auch nix getan. Du hast gesagt, ich hab dir vertraut kurz. Was drin rüchelt. Das ist doch gut. Ja, was drin rüchelt. Was denn da ist drauf? Was denn da ist drauf? Ja, aber mal, ich hab dir vertraut. Oh, 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 oh. Nein, ich hab ein Gegenstand mit mir gegen getragen. Scheiße, was hab ich da geschmissen? Das ist so ne Vita-Aktion gewesen. War was denn jetzt schon wieder? Conchita-Wurst. What denn? Na? Na, hier, Marv, hab mich gefühlt, welchen Gegenstand getragen hab. Das ist ja ausgeliegend, das ist hier. Das ist ja nicht so. Er hat schwulen Handtasche wahrscheinlich, ja, ja. Ja. Nur ne Schuhn-Handtasche? Da, du an der Kirche gemacht und vorhin ne Granate reingeworfen. Du wirst hier ja schon erschossen, wenn du einen übersiehst. Ganz schön dreist. Und Grenz guckt einfach zu. Oh, da haben wir nicht wieder die Wagen. Da ist der Danus. Oh, Danus. Aua. Aua. Heeeey. Heute in der Kneipe. Alle, ihr besagt, wir uns doch hier treffen. Ihr seid aber viel zu klein, um hier was zu bestellen. Was ist das in der Nacht? Hallo? Ich hatte gerade... Hallo Kleiner. Ich hatte schon eine Milch bekommen. Ich stand ein Bier für ein Bier für ein Bier. Das sieht voll geil aus. Ich möchte jetzt gerne eine Milch. Ein Cola. Ein Cola. Ein Coca Cola. Wow. Ich hab's zuerst bestellt. Ich bin zuerst. Warte, ich muss eben ins Lager. Allein mit Anna. Bitte ein Cola. Eine Milch. Eine Milch. Eine Milch. Ein Cola bitte. Ein Coca Cola. Ein Cola. Oh, dann... Das ist aber ganz schön milchig jetzt hier. Wie, was geht einfach nicht aus? Und das ging ins Auge. Bleibt ihr eklig ein? Ey! 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 Undanar mit einer Atmosis. Der macht... Eyy! Ehm. Erstmal mit einer gideid! Das kann sein Stuhl. Sie müssen nochmal kriegen... Ich regniere... Ich lasse seinen Spuhl fallen. Du bist, genau diese Stuhl. Was beantragtant! Und viel wie gefährlich die Kneipe, ey? Ich... Achro wir T ق... Wieso ist das einer tot? Grenz, nein! Grenz runter gefallen! Ehhh... watched... ja, ja, komm hier Horchi! Horchi! Horchi is confirmed Horchi is confirmed oder die Grand Storm? Wie kommst du denn drauf? Ich bin doch die ganze Bedingung gewesen Wieso ist das Grand Storm? Ja, ja, extrem Horchi, da ist Horchi noch! Alles! Was? Was? What the fuck? Habt ihr gekriegt? Wer, wer ist denn da? Die Starling ist gestorben Horchi! Ja Wer hat Horchi die erschossen? Horchi hat da, oder? Horchi ist da drüben Ey, geht jetzt runter, Horchi geht runter Kommt der nicht zu uns, oder was? Das ist gar nicht hier, hier oben Fuck! Klick, 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 klick! Jumpgun! Hey, Anna ist tot Anne ist auch tot? Nein, Anne ist nur grad zugestürmen Oh, die Powermilch Horchi, wo bist du denn? Äh, hier Hüpf mal freudig Aua! 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 Oh Mann! Oh Mann! Nein, Kiel! Ah, schade Wuuu! Grand Storm, sagst du denn da nicht einfach, es hat sich ein Schuss gelöst Ja, weil das hättest du mir auch nicht geglaubt Warum hat der Detective, als ich ihn gekillt habe oder angeschossen habe, nichts gesagt? Ja, was soll er sagen? Ja, dass ich ihn grad abschieße oder so? Weil er ist doch Traitor am Leben Ja Ja und? Ja, für wen sagst du das? Das war voll die YOLO-Aktion Zwei Traitor und zwei Indos nebeneinander, weil ich hab da ABP reingesneidet Das für den Klausch ist die letzte Runde jetzt hier Nein! Ne, sieben Minuten noch Das ist aber galt Machst du 40 Minuten oder was? Ne, 35 35 35 Waff ist tot Gewaar! Oh nervig Waff ist nicht mehr tot Oh! Gewaar! Anne, hallo! Hallo! Ich hab alle raus aus dem Waffenladen Anne! Du machst immer zu, Ben Alter, hörte mal aufhören Du hast ne Säcke von den Du wusstest ne Grund Waffe zu mir da Du waffnest du mir da Du waffnest du mir Du waffnest du mir Leute! Weil ich, weil ich runtergefallen bin Warte mal Grants, komm mal mit Ich sag dir, was geht's jetzt Komm mal mit, bitte Lass kaputze mitkommen Mach nix Ja, ey, jetzt geh ich nicht Ey, wir machen doch jetzt ein Gespräch Du bist der Angestellte Du bist der Angestellte So Waff ey Geh vor den Tresen Das ist ne Falle 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 Wir haben hier ein wichtiges Gespräch Das ist die Mr. Burns Falle Dalo, Dalo Grants Dalo Grants Du sagst die Mr. Burns Falle Ich hab doch gar nicht mitgemacht hier kaputze Ja, ja, ja Sobald du mit Dalo bist Bist du terrorisifiziert Und bist automatisch Ne? Waffe auf, ich bin Inno Dalo Was für ne Waffe hast du? Ah, den Stuhl in der Hand Den Stuhl Was? Was für ne Waffe hast du? Der Terrorstuhl Hinten 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 Anne hatte die Shotgun Die läuft da oben auch rum Ja, ich bin hier Hallo Lass Lass Lass, ich mach jetzt mal die Diegel Wie du dich mit dem Polen hast Tja mal Was denn? Was machst du mit der Diegel? Nein, die Diegel Gib mir die Diegel Schieß nochmal auf, ne? So, der Vita Wolf war Traitor Und der Grants schaut mich jetzt so an Hat der ein Item gehabt? Keine Ahnung Ja, die Silent Sniper Ne? Ich hab jetzt die Silent Sniper Da oben Ey, Kapuze Ey, Kapuze Er schießt neben mir Ich hab ihn nicht abgeschossen Ja, weil du nur verfehlt Ja, ich hab ihn in die Luft geschossen Na Luke, umher Das ist der Grants, oh shit Ich hab die Silent Sniper Echt? Ja Warum hast du die? Weil er Traitor ist Warum hast du die? Oh, Marv ist tot Marv wurde erschossen Und Da Dann hat Anne ihn erschossen bei Marv Was machst du denn da? Ich bin nicht erschossen Okay Mach weiter Wenn du Terrorist bist Darf ich dir zuschauen Wie du das machst? Zeig mal, wenn du Findest du das Zeig mal, aber nicht Ich glaub auch, Anne Wir haben jetzt halt verfeuert Kapuze, stell dich mal hier mit Neh, ich glaube nicht Das geht Das geht Disco Party Disco Pogo Guck mal wie der Vogel da fliegt Oh What the fuck Ich bin... Da bist du durch den... Durch den Lift geschossen Oh, Meister Ich find aber auch nur Dreckswachen Ey, glaub kaput sind das Grants Das waren wir... Hä? Silent Sniper? Das war der Grants Der Stuhl kommt wieder reingeflogen, Leute Der fliegt da draußen rum Okay, lass uns raus gehen Was ist denn das für ein magischer Stuhl? Grants, woher hast du die Silent Sniper? Aus dem Traitor Shop Dalu ist es Er hat doch gesagt aus dem Traitor Shop Confirm ihn, Confirm ihn Nein Er war's nicht Oh Dalu hat alle abgeknallt Oh, wie der... Da fliegt ein wilder Stuhl draußen rum Dalu, was soll denn das? Oh, machst du das? Jetzt bin ich mit euch beiden Traitern alleine Der war wegen die Kacke Bist er immer noch der? Glaublich, bin ich ja Ja, dann grappeln wir uns jetzt hier Hahahaha, du Sack Hä? Ich wurde auf deinem Kopf gelang Nein Warte ich fertig Jetzt, jetzt kommt er Ja, oh, oh, oh Nein Yeah Anne Finde ich jetzt nicht so witzig eigentlich Anne Oh Alter, der Stuhl fliegt hier immer noch rum Anne, wo bist du denn? Versteckst du dich wieder? Du bist Traitor, du musst was machen Hallo Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaah Eine Reaktion Wo ist die hin? Ah, nein Ich mach doch was Waffe Ah, nein Ich mach doch was Waffe Waffe Der Stuhl hat dich getötet Ja, ich vermute es Die hat mich nicht fast getötet, die hat mir nur ein Leben abgezogen Ich dachte, nee, die wärs eh Ja, vor allem machst du mit deinem PHD-Flopper, springst ständig neben mich, ich bin schon halb tot, weißt du? So barf! Ich habe ja absichtlich nicht auf dich gesprungen Jaa Nur neben dich, damit du noch raus fühlst Da, Lu, Lu, was war das? Was war das, wenn wir ein Engelsgespräch hörten, wie das? Ja, es war eine Beförderung, aber hast ja nicht gewollt Nein, ich wollte schon, aber du wolltest mich eher so als Flegelfleisch oder so Als Kräscher Da ist der Viter, da ist der Viter, da ist der Viter, da ist der Max, Anne, alle da, alle auf dem Dach da hinten Alle auf den Dach Ey, wer von euch hat nen Flopper getrunken? Das hat doch gekrüft Was? Hat einer der Detektive was getrunken? Jo Wieder, ja So, was machen wir jetzt hier, Kinder? Ja, ich würde sagen, ähm... Alle auf Kapuze Ja, das ist ne gute Idee, macht das bitte Alles klar, komm her, komm her Nee, nee, hör auf, Anne! Du machst das wirklich? Hör auf! Nein! Ich hab Mafa das What the fuck Mafa das, Leute Echt? Ja Mafa, komm her Komm her Ich will ihn sprechen Er ist oben auf dem Dach Wo sei denn hier, Kleine? Nein! Ich bin auch noch tot! Ich bin auch noch tot! Ich bin auch noch tot! Kapuze war Traitor! What? Grenz war auch? Grenz war auch Traitor! Ach man Immer geil Voll ab hier Tada, du Sack Ja, Luca war diesmal kein Traitor Ich hab euch den Köppel gekauft Ja Ah, da ist ne Orangenköppel Ah, ich kann mich auch noch verkaufen Hallo! Hallo, bleib stehen! Hada, Hada, bleib stehen! Bitte, danke! Wo ist der Kopf? Warte! Wer ist es denn jetzt noch? Er ist Traitor Traitor! Ja Warte! Oh, fuck! Glück gehabt, Alter! Und wo auch warst! Wie liegen die wir den letzten Leichen rum? Ist mein Detective-Kollege noch da? Pada! Na, alles klar? Was geht? Hier gerade. Komm spring doch runter, ich bin hier unten. Hast du Tauben geschossen oder was? Mhm. Kann man so sagen. Geil. Ist ja cool. Ach komm. Ungefähr. Viel Spaß. Wo ist er denn? Guten Rutsch, ey. Ich hab keine Waffe. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.